Willkommen zurück zu Ayuden Chronicle 100 Heroes. Wir sind schon wieder in der Meereshöhle. Ihr fragt euch, warum? Wir waren noch mittlerweile in der Wüste. Ich sagte ja bereits, ich würde mal kurz gucken, wo ich diese Fische herbekomme. Und diesen spezifischen Fisch, den ich für eine Fische brauche. Und es ist wohl hier in dieser Höhle. Und zwar hier? Ja, hier kann man fischen. Das hätte ich wahrscheinlich auch nur, wenn... Also ich hätte es nicht mehr entdeckt. Ich hätte es damals nicht zu verdecken müssen, als ich zum ersten Mal hier war. Ich habe es nicht gesehen. Also war das schon ganz gut, um mal nachgeguckt zu haben. Und diesen Fisch kann man nur hier fangen. Das ist knallen gerade, weil übrigens eine Flasche hat mich zu Tode erschreckt. Ja, beiß an. Ich hoffe, du bist gleich der Richtige. Wobei ich hier... Ah Mist, sowieso mindestens drei Fische fangen würde, so wie immer. Ich weiß, nichts gefangen. So. Ich kann diese Höhle mittlerweile echt nicht mehr sehen. Ich bin mittlerweile so oft hier durchgelaufen. Ich hasse sie. Komm, Kugelfisch. Ich glaube, das ist nicht der Fisch, den er wollte. Das war irgendwas mit Augen, oder? Also irgendwie im Namen was mit Augen, meine ich. Der große könnte es sein. Yes! Nee. Das war kein Scheren, Seabarsch. Aber immer noch ein Fisch gefangen, den wir noch nicht hatten. Das war irgendwas mit Augen, glaube ich. Komm schon. Komm schon. Hm. Yes! Das hilft mir nicht. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen mehr dreimal fischen, weil ich will diesen besonderen Fisch haben. Das ist nichts zu tun. Für Fischgerichte sammeln wir jetzt Zutaten, aber das ist nicht wirklich Sinn der Sache. Ich hätte bitte gerne diesen besonderen Fisch, den ich brauchte. Oh, hast du gesehen, den großen, der gerade aufgeschaucht ist? Yes! Das war ja auch nicht. Aber der große, der gerade aufgeschaucht ist. Der war auffällig. Ist das vielleicht den, den wir brauchen? Ja. Das ist ein richtig dicker Boy. Aber der kommt jetzt noch nicht. Aber der könnte es sein, oder? So einen großen Schatten habe ich noch nie gesehen. Oder bist du es? Perfektiv Fisch. Nee. Es gibt viele verschiedene Fische, aber das ist auch nicht der Fisch, den wir brauchen. Ja. Ich meine, der hieß eh was mit Augen. Am wenigstens ist dieser ganz große, der gesporen ist, würde mich nicht wundern. Er kommt jetzt. Oder? Er bewegt sich gerade zumindest. Nee, ist der kleine. Schade. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht zu lange. Ich will jetzt nicht irgendwie 10, 20 Minuten Fische fangen. Perfektiv Fisch. Wieder ein neuer Fisch, aber auch den brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja. Und solange der große da am Wasser ist, höre ich nicht auf. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Oh, wow. Ja, okay, das hat Augen. Aber es ist nicht der, den ich haben möchte. Ich bin mir ziemlich sicher, das war kein Oktopus. Ja. Das hört mich wieder ärgern, ne? Ich will hier nicht nochmal reinrennen. Das letzte Fisch überhaupt im Teich. Nee. Ha. Nichts zu es. Ich hätte den leer gefischt, oder? Habe ich jetzt ernsthaft das Pech, dass ich diesen Fisch, den ich brauche, hier nicht gefangen habe? Ich gehe mit allen Fischen, die ich jetzt gefangen habe, zurück. Aber ich meine nicht, dass es die Krake war. Auch wenn das Ding besonders aussah. Wenn das jetzt nicht das Richtige war, dann bin ich minimal genervt, weil ich hier dann nochmal reinrennen muss, ne? Ach mein Gott, ich will... Gegenstand war schon richtig. Ich will meinen Teleporter benutzen. Die muss ich jetzt auch wieder neu kaufen. Wir werden mal kurz in den Quatschen. Vielleicht sagt sie mir den Fischnamen nochmal. Beziehungsweise ich habe ihn doch gerade gefangen und habe den Namen mit falsch im Kopf gehabt. Das kann ja alles sein. Ich werde jetzt auf jeden Fall nicht nochmal reinrennen in die Höhle mit euch. Das werde ich nicht tun. Aber er soll da sein, der Fisch. Vielleicht fische ich ihn immer inzwischen durch mal raus. Ist das die richtige... Es soll auch tatsächlich hier in Hischan noch eine Angestelle geben, aber da ist der Fisch wohl nicht. Aber ich sollte die auch mal austesten. Vielleicht kriege ich den Fisch ja da. Vielleicht ist es bei mir irgendwie anders oder so. Ich weiß bloß nicht, wo diese Angestelle hier in Hischan ist. Weil die könnte im Palast sein. Da gibt es genug Bereiche. Aber sie könnte auch hier direkt irgendwo sein. Das ist schwer zu sagen. Ich hätte irgendwas mit Augen und Brasse im Kopf. Und das Ding haben wir noch nicht bekommen. Wir haben die ungewöhnlichsten Fische bekommen. Einfach keine Großaugenbrasse. Jetzt ist die Frage, kann ich hier irgendwo fischen? Es sind ja viele Fischer unterwegs, ne? Wäre nicht undenkbar. Dass man hier auch irgendwo die Angeln reinwerfen kann. Aber... Könnte ein Gässchen-Game sein. Ich meine, die Brücken würden sich halt auch anbieten, natürlich. Aber ich will jetzt, wie gesagt, nicht zu viel Zeit wegen diesem Fischen verschwenden. Das kann es nicht sein. Oh, sind wir mit allem schnell genug für dich? Weiß ich nicht. Ach komm, testen wir es einfach mal. Wir sind ein paar Level gestiegen. Hey da, Noah. Hier, um die Leger zu gehen? Wollt ihr... Ja. Ja, wir gehen direkt hin. Jetzt sprichst du meine Sprache. Das sah aus, irgendwie aufgeholt zum Ende, oder? Ja. Ich habe tatsächlich verloren. Scheiße. Noah, du bist schnell. Hallo, Trainingspartner meiner Tränen. Nice. Mein Name ist Air. Ich denke, ein bisschen Trainings kann jeder stärker machen. Wenn du jemanden, der seinen Weg zu der Topf zu schweiten will, sende ihn meinen Weg. Das klingt sehr cool. Ich frag mich gerade, ob sie vielleicht irgendeine Facility aufmacht, wo man Leute trainieren kann, damit sie passiv sozusagen Level steigen, wenn sie mich nicht mitnimmt. Das wäre super gut. Das klingt sehr gut. Das klingt sogar so verdammt gut, dass wir nochmal einen Abstrenger machen werden nach Hinterburg. Die energische Trainerin, oder Air, wie sie sich nennt. Ja, das würde ich nochmal checken wollen, weil wenn jetzt, sobald ich bei ihr das Gebäude baue oder die Leute anfangen zu leveln, im Hintergrund, dann soll ich das für früh möglich machen. Tatsächlicherweise. Moment, ich wollte die Brücke eben kurz checken, ob man hier angeln kann. Nein. Also wenn man hier irgendwo angeln kann, dann finde ich es einfach nicht. Aber wie soll ich es auch finden? Das könnte sowas von überall sein. Für dich habe ich auch noch nichts. Hier sind Fische. Also, okay, ja gut, hier stimmen Fische. Das heißt, es ist hier angekannt. Aber da ist ein Fisch. Das ist bestimmt eine Großaugenseebrasse gewesen. So ein Mist. Und ich durfte da nicht meine Locken reinwerfen. Das ist doch wohl ein Verbrechen, oder? Ja, ich glaube, hier rumirren, das ist jetzt einfach zu doof. Ich denke mal schon, dass die Aussage stimmt, dass der Fisch nur in der Höhle ist. Und dass ich halt irgendwie zu der Höhle nochmal zurückdrücken muss und dann hoffen muss, dass ich den Fisch nächstes Mal fange. Dass ich da so viele verschiedene Fische rausziehe, aber nicht den einen Fisch, den ich brauche, ist so abartig typisch für mich, dass ich am liebsten brechen möchte. Also, wenn ich einen Hohen strahle. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich spreche den Typen nochmal an. Habe ich jetzt getan. Ich gehe nochmal eben rasten im Gasthofen, dann gehe ich da nochmal rein alleine und dann versuche ich es nochmal. Falls ich ihn fange, dann sehen wir uns da wieder. Falls ich ihn dann wieder nicht fange, dann sehen wir uns in der Wüstenstadt wieder. Nicht fast in der Burg, weil ich ja noch dieses Ding bauen wollte. Also, bis gleich. Ach ja, da wäre ich wieder. Doch an einem ganz anderen Ort. Ich bin jetzt mal im Palast und habe hier den Fischort gefunden, der wohl nicht schade ist. Ich war nochmal komplett in der Seehöhle. Ich habe die gesamte Seehöhle leer gemacht. Da waren nochmal richtig viele Fische. Aber habe ich einmal den gesuchten Fisch bekommen. Ich hoffe jetzt, dass ich den vielleicht hier finde. Wenn ich ihn hier nicht finde, gebe ich es jetzt mal auf. Weil ich habe keine Lust, nochmal in die ganze Seehöhle reinzurennen. Und nochmal alle Fische da rauszuholen. Wir gucken uns jetzt mal diesen Angelpunkt an, weil hier waren wir noch nicht. Ich habe übrigens auch sehr viele von diesen komischen Augenkrabben bekommen diesmal. Aber nicht Krabben. Mein Gott, Tintenfischen, Oktopussen, wie auch immer. Aber gut. Wenn es es hier nicht ist, dann gebe ich es jetzt mal auf. Dann habe ich einfach ein extremes Pech. Und wenn dem so ist, dann würde ich sagen, ich muss irgendwann in diesem Spiel wieder die Meereshöhle rein. Wahrscheinlich wegen dem Kraftfeld, das wir da gesehen haben. Und wenn das soweit ist, dann versuche ich es nochmal. Aber nochmal renne ich dadurch bestimmt Spaß rein. Das ist nämlich kein Spaß mehr. Es ist wirklich immer sehr tief reinlaufen. Ich muss immer diese Kämpfe machen, gerade gegen diese sechs blöden Oktopusse, die ich so hasse. Das muss ich nicht mehr haben. Ich sehe ja auch einen großen Fisch. Ich hoffe, der ist es vielleicht. Dann wäre es eine Möglichkeit, den Hishan gewesen und nicht. Noch mehr neue Fische. Mein Fischbuch freut sich. Meine Einträge wachsen und steigen. Der gesuchte Fisch immer noch nicht dabei. Ich kann mich mittlerweile gar nicht vorstellen, dass er da in der Höhle ist, weil... Wenn ich bedenke, wie unfassbar viele Fische ich da mittlerweile gefangen habe. Bist du vielleicht der gesuchte Fisch, der sich... Du bist ein Knochensägenhecht. Nee. Dann gebe ich das nur Fische erstmal auf jetzt. Ich habe jetzt sehr viele verschiedene Fische gefangen, was schön ist. Aber leider nicht den gewünschten. Ich weiß halt nicht, wo der sein soll. Also wenn er da ist, dann habe ich zweimal absolutes Pech gehabt, beim Leerfischen nicht einen zu bekommen. Come on. Come on. Dann soll es erstmal wohl nicht sein. Ich meine, sind wir ehrlich? Was wird der machen, der Typ? Perfekt catch. Der wird wahrscheinlich bei uns fischen und uns Fisch zur Verfügung stellen als Nahrungsressource. Das ist jetzt nicht das Wichtigste auf der Welt. Das muss ich jetzt nicht unbedingt direkt haben. Darauf kann ich erstmal verzichten. Ich würde ihn trotzdem wieder rekrutieren. Keine Frage. Aber es soll wohl gerade einfach nicht sein. Wir gehen trotzdem nochmal nach Winterberg. Ich habe literisch... Ich dachte ja schon, ich würde eben gucken wollen, was mit der Trainerin ist. Ob die nicht vielleicht tatsächlich unsere Leute passiv leveln lässt. Das wäre natürlich super, super nice. Ich meine, man levelt eh schnell nach. Aber trotzdem wäre das cool. Genau, die Materialien kannst du auch mitnehmen. Ich habe viele Fische dabei. Und ich kriege ein bisschen Backbar. Das ist auch immer schön. Und dann machen wir weiter. Dann reicht es auch mit Fischen. Ja, wir können gucken, was wir noch machen können. So nach dem Motto. Ja, dich nicht. Aber Pelz haben wir 318. Mittlerweile habe ich kein mystisches Holz mehr. Aber ich habe glaube ich auch gerade keine wichtigen Sachen, die ich damit bauen müsste. Ich werde mal... Ja gut, er sammelt das... Steigert die Holzvertrag und den Sammeln von Kräutern wird auch ermöglicht. Ich mache das mal. Wenn ich Glück habe, werden da vielleicht auch mal mystische Holz dabei rausfallen. Wenn nicht, dann ist es halt so. Wir gucken einfach mal, will ich das für alles jetzt machen können. Was noch so möglich wäre. Das wäre diese Heldenrangliste, ne? Die können wir jetzt auch freistalten. Also so müsste ich keinen Gokto nicht freimachen, wenn ich den Fisch halt nicht bekomme. Das ist wirklich ein Problem, ja. Weil Gokto mittlerweile zwei Charakters auch reinbringen könnte bei uns. Aber ich habe diesen komischen Besteknochen eh noch nicht. Also vielleicht gucke ich mal, wenn ich diesen Besteknochen besitze und weiß, dass ich da hin will oder kann. Die reich und der Bevölkerung machte das. Das ist eine gute Investition gewesen. Ja, Eisnäß habe ich jetzt genug gesammelt, auch dank der Höhle wieder. Also erhöhe ich mal die Jägerhüttenproduktion. Da kriegen wir auch Fleisch dadurch. Kann ich halt machen, ne? Ich habe massenweise mittlerweile. Und das können wir auch machen können. Der Häger war so praktisch für uns. Die mögliche mal sein volles Upgrade. Das ist kein Problem. So, der Gutachtenladen können wir auch direkt bauen. Ich bin mal gespannt, ob wir hoffentlich jetzt keinen Absturz haben. Okay. Ob wir in der Wüste statt irgendwo in dem Bereich mal, also in der großen oder irgendeinem Umfeld, an diesen Lack kommen können. Ich habe mich auf diesen Lack überhaupt bekommen, weil es ist ein Gegner-Drop. Wir werden ja bekommen irgendwie diesen Lack irgendwo abbauen, oder? Ich habe keine Ahnung. Werkzeugladen. Erweitert das Wort Sortiment des Werkzeugladens. Das ist super. Das heißt, die Hallsachen und so kommen neue Sachen wahrscheinlich rein. Jetzt zeigst du normalerweise die Items. Gut. Superladen, Erweiterung können wir auch machen. Warum nicht, wie gesagt. Geld haben wir genügend Ressourcen auch. Und die steigende Bevölkerung hilft ja auch wieder beim Geld verdienen. Auch für einen normalen Bug war ein bisschen. Das war's, ne? Ich kann, glaube ich, aktuell nicht mehr machen. Ich habe alles Upgrade, was ich aktuell Upgrade kann. Weil mir entweder noch Charaktere fehlen, oder die entsprechenden Materialien dafür. Gut. Dann rasten wir noch eben fix im Gasthof. Kann ich von hier aus der Schnellen reisen? Ich hoffe mal ja. Gasthof sollte auf jeden Fall hier bei sein, oder? Ist er nicht. Okay. Doch, ist er wohl. Moment mal. Der heißt halt nicht Gasthof, der heißt, ähm... Ja gut, ist trotzdem nicht da. Diese komische Heldenhalle. Na gut. Dann muss ich wohl noch ein paar Schritte laufen. Nicht fauler Sack. Machen wir das. Und dann geht's endlich weiter. Dann werden wir uns mal dieses Wüstenschiff da vornehmen. Und gucken, ob wir... ... das Heil überstehen werden. Ah, der neuste Koch ist da, hm? Interessant. Aha. Gut, dass ich dich sehen kann. Ich glaube, ich habe es daran nicht viel, wie viele Rezepte ich kenne, weil ich nur noch etwas kennengelernt habe in der Zwischenzeit. Mache ich jetzt noch nicht. Da sparen wir uns noch ein bisschen auf. Ich will jetzt wirklich ein bisschen vorankommen, mal ein bisschen auch. Ich habe mich aber auch die Stadt jetzt mit mir so krass ausgebaut, ich könnte gar nicht mehr viel machen. Ein bisschen Stressrelief, vielleicht. Der Fischer ist gerade so ein bisschen die einzige Sache, die noch ein bisschen hängt. Ansonsten sind wir gerade super dabei. Du... Gut. Ach, eine Sache noch. Ich weiß, es nervt ein bisschen, aber ich gehe noch mal kurz in den Runenladen. Weil wir hatten ja noch so eine Runen der Macht bekommen, eine höhere und eine Runen der Magie eine höhere. Die könnte ich beide noch einbauen gerade in die Gruppe. Das wäre jetzt doof, darauf zu verzichten. Oh, hey! Dann würdest du nämlich die andere Runen der Kraft bekommen, die bessere. Nicht seine, sondern die halt frei ist, logischerweise. Und... Wer hat jetzt die Starke der Magie? Du nicht. Du müsstest es aber etwas dort freimachen. 42 bist du noch nicht. Deine Hunde der Magie ist... Ist das schon die gute? Ne, dann kriegst du die. Perfekt. Dann muss es auch noch eine höhere geben, ne? Gehe ich fast davon aus, weil es gibt ja noch ein... Sogenannte 3 Slots Verbesserungs-Items. Also gut möglich, dass es noch eine höhere Form dieser Rune gibt. Ob die dann 15% ist oder direkt 20% hochjumpt. Ach man, ich muss auf die selbe Seite gehen. Ja, okay. So, jetzt aber... Okay, eine perfekte... Jetzt habe ich die Trainingsheile gar nicht gebaut, ne? Aber die konnten wir auch gar nicht bauen, weil ich keine Option dafür hatte, richtig? Also entweder sie macht das automatisch. Oder ich muss eh noch etwas anderes bauen, bevor ich das machen kann. Hat sich ja trotzdem gekonnt, zurückzugehen, um ein bisschen was zu basteln. Okay, dann wollen wir mal weiter. Ich habe heute schon noch Fische gesehen, also ich sehe wieder hier Fische. Mein Gott. Ahoy there, Scarlet! Ich habe den Passenger für euch. Er ist in Bersiak. Also die Anzahl an weiblichen Piraten, die Scarlet heißen, ist unfassbar. Das ist wirklich unfassbar. Ja, das Kully da. Äh, es ist Noah. Du bist in Glück, Kully. Mia Rofi ist das fastest Wessel der Jungen. Also es ist wie ein Sand-Scheib. Ja, was anderes Kind ist es? Ja, was das? Wir Schiarchs be creatures of the desert. Und Schiarchs are a symbol of our glory. They glide-cross sand faster than wind can blow. Uh, okay. Just like I told you, there are no prouder warriors anywhere than you Schiarchs. Ja, Sandwalkers be living for loyalty. And we be living for glory. Are you ready to sell for a Bersiak? Nein. Ehrlich gesagt nicht. Mind if we look around town first? Ja. Come back once you've had your fill. I'll deliver you to the capital faster than wind can spit. Nein, ich will jetzt nicht noch weiter hinaus. Züge, dass wir losfahren, habe ich schon an Charakter, oder? Weil sie ist ja offensichtlich ein Charakter. Ja? You want something? New comrades? Mhm. You got good taste if you're approaching me. But I hope you don't take me for some kind of pushover. I'm a dark knight, okay? This shield of mine eats people's offense for breakfast. But how's this? If you manage to wound me, I'll acknowledge your strength. Then and only then do you get the honor of putting the Reina in your personal service. Ich kann's nur versuchen. Ähm, die Reina? The one and only accept no substitutes. Okay, now we're doing this or what? Because I look at you and think, now there's a tough looking guy. You can't beat the crap out of me, but I'd sure like to see him try. Hell, you can all take a swing up once. Seriously, hit me with all you got. But I'm a lot sturdier than I even look. Make me feel it. And if you do, I'm yours. Okay, you asked for it. I asked for it. The question is, can you deliver? Big mistake. Come now, some effort, please. Hey, I wish I could. Okay, also müssen wir die besten Moves machen, die wir haben. Ähm, erstmal einen Doppelschützer für den Buff. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, wenn es ein Check ist, aber ich hoffe nicht nur eine Runde, sonst wäre jetzt die Komma besser gewesen. Aber ich mach erstmal den Buff. Ähm, du natürlich. Äh, du hast keinen Sprungsschützer gerade. Dann spart den Punkt auf. Man, sie hat ein Schild wahrscheinlich. Jetzt Magie müsste eigentlich besser sein. Sie hat nur ein D-Schild. Das müsste eigentlich schnell weg sein. Mal gucken. Wie die Magie können, machen trotzdem Magie, ist ja klar. Okay, wir machen wirklich nicht viel Schaden bei ihnen. Da! Und das trotz des Buffs von Periel. Und ich konnte ihr Schild kein bisschen zerstören. Okay, ich weiß nicht, wie viel Schaden wir machen müssen, aber es läuft gerade nicht so gut. Ah, können wir nicht zusammen machen. Okay, egal. Ich gebaff das jetzt trotzdem mehrfach. Du kannst dann... ... Schwungsschützer ausführen. Was dumm ist, ich muss hier nachher nochmal heilen gehen. Weil ich jetzt mit verringerter Mana irgendwo reinränge. Okay, ich hab noch ne Runde scheinbar. Also, ihre Schrift hat sich noch gar nicht verändert von der Farbe her. Das ist auffällig, zumindest schon mal. Keine Ahnung, Flamme besser ist oder Feuer, weil wir machen gerne nochmal Flamme. Nein, ich bin nicht ganz sicher, wie es mit Schild manchmal auch sich hört. Welch gespacht ist weil du nicht? Sie ist alles sehr schön. Ich bin nicht ganz sicher, wie es mit Schild manchmal auf sich hört. Dann habe ich noch viel Zeit. Davon gesenkt werden welche nicht. War das jetzt gut, oder war das jetzt schlecht? Ich bin mir noch nicht sicher. Hat's gereicht, oder nicht? Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber hast du mich auf die Kiste gebrochen? Und ich muss da mehr Schaden machen. Also müssen wir uns merken, dann müssen wir mal wiederkommen, wenn wir stärker sind. Wenn du eine andere Kiste möchtest, dann werde ich hier trainieren, für die Zeit. Ich würde sagen, bis gleich. So, da wäre ich auch schon wieder, nur eben mal vollgehalten. Und dann legen wir los. Willkommen zurück, Kali. Bereit, um zu fahren? Ja, wir sind bereit. Oh ja, das wird gut sein. All right, you sandguppies. Get to work. Hoist those sails, by chum. So, what think ye of my Eurothi now? I can't believe how fast we're moving. I thought you could only travel like this on the water. Bite your tongue, you scurvy June rat. Not be getting near that wet stuff. Nor have it mentioned on me ship. Wait. S-seriously? Oi! There's an old myth what says the She-Arcs used to live in some big... Oh, what's the word? Oshii? Shoshin? I dunno. But ain't a word of it true. Gah! Ha 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 ha! Why, just the thought of getting me dorsal fin wet makes me shudder from tip to tail. Brrrr! Huh. The more you know, I guess. Just go with it, Noah. Not all that sand is land. Sounds like our passengers enjoyin' themselves. Give him our welly, lads. Reema! Ha ha ha! This is incredible! Simply incredible! Und hier! Das sind wir. We can't do that. Let's go with it. We can't. You can't do that. We can't do that... All tonight. I know! Here we can't do that. Und hier sind wir, Kalli. Hat sie den Reisen gefühlt? Sehr gut. Danke. Jetzt, gehen wir den Shi'ark in charge. Das war die erste Überfahrt doch sicher. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn es doch irgendwie ein Bossfeld gibt vom Schiff aus. Würde mich nicht überraschen. Ah, der Schallmeister! Er ist in dem Gebäude im Zentrum der Stadt! Willst du ihn zurück in die Bavin? Nein, noch nicht. Na, wenn ihr bereit seid, werde ich hier. Ich will dich angreifen, wenn du Hunger hast. Jetzt sollten wir die Flossen erheben und Siegel setzen, denn viele Sandwische warten auf uns. Ich werde nicht mehr mit jedem MPC reden. Hier nur wieder ein paar Stichproben. Reichen mittlerweile auch. Du da hinten. Du siehst aber nach etwas Besonderem aus. Aber erstmal kommt noch jemand anderes Besonderes anscheinend um die Ecke. Hm. No way I'm getting this done on my own. Hm? You there! Knock knock! Who's at the door? Why, it's OPPORTUNITY! Will ya answer? Uh, depends on the door? Hm. Yeah. It's kinda... Hits big game stuff. In fact, maybe a little too big for you. I'd better find someone tougher. Forget I said anything. Sorry to waste your time. Toll. Uh, any idea what that was about? None. My vote. We ignore her. And go talk to the Showmeister. Du hast eine besondere Waffe, aber trotzdem gehe ich auch mit dir. Oliver James Belgrave. Das wirst du nicht glauben, aber manche sagen, dass wir Shia früher im Wasser lebten. So ein Unsinn, was? Hahaha. Würde ich meine Floss ins Wasser tauchen, würde ich sofort zu Gelee werden. Das würde ich. Auf keinen Fall haben wir da unten gelebt. Du siehst auf jeden Fall besonders aus. Yes? Can I help you, son? What's that? You need someone to whip your troops into shape? Hm. Noch einen Trainer? Zusammen mit Iris vielleicht, meine Leute trainieren. Wenn ich super. Well. You're damn right. Training matters. Fielding your troops while they're green is like handing the Reaper his scythe and saying, Take a little off the top. Now, you're in good shape. I can tell that you practice what I preach. However, asking me to take the lives of your soldiers into my hands is one giant sized ask. I won't even considerate until you've illustrated your ability to command. I propose a mock battle. You win? I train your troops. Do we have a deal? Challenge accepted. Good lad. Let's see what you got. Let's see what you got. Okay. 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 In Aktivierung gibt es zusätzliche Voraussetzungen. Sie können verstärken, schwächen betäuben, angreifen oder heilen. Okay. Das sind unsere Standardregionen, ja? Hm. Das sind immer zwei pro Person. Kann ich ihm ein Maid geben? Weil er hat ja irgendwie keinen. Scheinbar nicht. Also ich könnte da was verändern, an diesen Truppenausstellung und aber an den Hauptleuten scheinbar nicht. Vielleicht weil ich bei Legion bin und nicht bei dem richtigen. Nee. Das ist nicht der Grund. Ich kann noch die Truppen ändern, wenn ich will. Ja, da müsste ich jetzt mal was verändern. Mal gucken, wer was kann, keine Ahnung, ob es sich das wirklich lohnt. Was besser ist, was gegen was gut ist. Ich hab das hier, weil ich mal so wie es ist, bevor ich da irgendwas umändere. Ich sehe natürlich, dass verschiedene Truppenhahn sind, dass sie auch verschiedene Fähigkeiten haben, dass sie diese Karten austauschen können. Ist klar. Aber die Hauptleute kann ich nicht ändern. Ich kann auch ihm kein zusätzlich geben. Dann sehe ich ja keine großen Gründe, um was zu verändern, ehrlich gesagt. Da würde ich sagen... Warum muss ich dich überhaupt mitnehmen? Ich würde ja lieber... Achso, wir sind alle dabei. Nee, wir sind alle dabei. Dann fangen wir einfach an. Ich hoffe mal, dieses Mob-Battle ist wirklich relativ leicht. Ah, da ist jetzt eine Sales-Belagungsmaschine dabei. Okay, scheint ziemlich ausdrücklich zu sein, mit also wohl eine Frage der Fähigkeiten. Ich kann besser als erwarten, bis sie kommen, ne? Ja. Na, guck mal her. Ich denke mal, dass deren... gesichtslose Soldaten da keine Chance haben werden gegen meine Truppen. Hoffentlich zumindest. Du musst auf jeden Fall deinen Buff für alle, weil du gerade alle zusammenstehen. Das ist super sinnvoll. Leute! Wir werden gewinnen, egal was! Wenn der Gegner nicht das ihnen grundfällig überlegen ist, wird das eigentlich schon ausreichen. Wenn alle jetzt einen Buff bekommen, das ist schon nice. Dann fangen wir auch mal direkt an. Okay, dass wir die Angriffe nicht machen können, bevor wir kämpfen. Wenn ich mal ein Damage machen kann. Aber da können wir uns sicher bewegen. Okay. Was hoffentlich jetzt kein Problem ist. Gut. Also er kann nachher so ein bisschen eine Artillerie-Rolle übernehmen. Okay, alle! Los geht's! Das wird irgendwie wehren. Das läuft weniger gut als gehofft. Das läuft sogar ziemlich schlecht. Das sind seine Truppen wohl wirklich in guter Form. Nein! Seine Truppen sind wie sich besser vor uns meinen. Das werde ich wahrscheinlich gar nicht gewinnen. Aber Sane gewinnt gerade witzigerweise. Das ist gut. Wir haben sie geholfen. Alle anderen verloren. Hm. Kann nicht aus dem Sane Sieg was raus holen auf der Zeit? Und bin eher unsicher. Aber wir versuchen es weiter. Wir haben noch Heilungsfähigkeiten. Ich werde dich da bequiet. Danke dir. So erstmal alle Debuffs von denen. Ähm. Und dann heilen wir noch eben. Ich werde dich auf. Das werden sogar alle auf der Welt gehalten. Das ist ja sehr gut. Ähm. Ja. Konzentrieren! Ja. 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 sinnvolles tun ich habe mich einfach hier dann sollte oder einfach weiter gehen kämpfen sollte ich kann beides machen die beschäftigen sozusagen beschäftigen weiter ist okay wo wir jetzt noch mehr im nachhinein als eben war eben immer noch ein bach aber gut mal gucken so hier die entscheidende runde ob wir das gewinnen oder nicht bis jetzt laufen wird mit dem so krass schaden absolut abgeschlappelt worden sehr unschön das löschen sehr ausgeglichen ich habe es geschafft Die Prüfung wird nicht funktionieren. Wir müssen gehen! Mal gucken, ob du was noch zu retten musst oder nicht. Aber du greifst hier nicht weiter an. Nächste Mal bist du besiegt. Hat deine komische Ansturmfähigkeit. Anwalt! Da kannst du hier nämlich mit angreifen. Denn jetzt nutzen wir jetzt jeden, den wir haben. Ich denke mal, dass er nach Amt schon nur angreifen kann, oder? Ja, das wäre nämlich die nutzliche Fähigkeit. Ah, okay. Mehr können die Zunge nicht betreten. Ist okay. Gibt ein bisschen Cover. Ist in Ordnung. Gut, dann machen wir gleich den Woot-Modus mal an. Und hoffen, er bringt was. Attack! Gib ihm alles, was du hast! Gut gemacht. Das ist eine Unie, White House. Habe einen Tast an das! Ist das alles, was wir erreichen können? Jetzt Moral muss auch voll. Würde ich auch sofort trickern, wenn ich kann. Ja, die kann von der Seite mit rein, ihr Bastard. Schlecht für uns. Hätte ich weiter angreifen sollen mit dem... ... mit der Einheit. Ich... Ich bin sorry. Ja! 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 Wir schaffen das. Wir schaffen das. Jetzt ist alles Zeit, um ihm eine Drehung zu geben. Ja, komm, wir gewinnen das so. Ja, komm, wir gewinnen das so. Es ist ein Gemetzel, aber... Wir schaffen das. Wenn nur... Wenn nur... ... der Lenz... ... wir gewinnen das. Nein! Nein! Wie kann das passieren? Wer bist du, Ivy? Ich habe dich schon mal rekrutiert. Ich kenne sie gar nicht. Wer ist Ivy? Die... Das ist schlecht. Sehr schlecht. Er ist fast besiegt. Die Fehmensunit verletzt. Wir machen es gut. Ja, 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 doch. Ich glaube, wir schaffen das. Wir mussten zwar zurückziehen, aber... ... die sind fast down. Aber diese eine kannten wir noch gar nicht. Aber ich schätze mal, die kommt bei ihm in der Story sehr früh vor. Und deswegen ist sie jetzt schon in der Armee drin. Na gut, also es ist schön, dass sie auch noch neue Charakter dazu gekommen wird. Äh, jetzt reff bitte hier du mit uns an. Und in mir wieder zurück, der hat mir schon genug gelitten. Wir schaffen es auf jeden Fall. War super knapp, aber ich glaube, wir schaffen das. Aber der Typ kann was. Also den Typen möchte ich gerne in meine Truppen ausbilden lassen. Ich bin mir sicher. 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 Willkommen. Willkommen zu den Ranks. Der Name ist Stadler. Es ist ein Ehre, zu sein. Es ist ein candyazo-genaryisch. Man hat nur namenlose Soldaten, gefällt es dir. Dabei machen wirnoon. Wie davon wohnen darf er Französisch wären. oder so. So interessant wie immer. Ja, dieses Spiel ist wirklich so interessant wie immer. Und du da hinten siehst auch sehr interessant aus. Ich hoffe, dieses Spiel wird wieder viel für uns bereithalten. Du bist auch noch hier. Wir gehen jetzt mal hier in die Sackgasse. Okay, hier ist jetzt nichts Relevantes. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn hier immer noch jemand auftaucht. Nicht wahr? Oh, anscheinend, hier kann ich reden. Das ist er noch, oder? Said Ali, oder? Der hieß doch irgendwas mit Ali, der Typ. Ich meine, das ist jetzt nicht der seltenste Name der Welt, aber wir haben ja so jemanden besprochen, mit dem gesprochen im Hishan-Palast, also in der Nähe des Hishan-Palastes. Ahoi, bist du hier, um auch Shiaq zum Hilfe zu bieten? Wie gefällt es dir in der Wüste? Ich liebe es, wie der Wind hier duftet. Das erinnert mich daran, dass ich die Königin am Rand der Wüste trage. Ach, tut mir leid. Ich will nicht so nostalgisch klingen. Die Königin am Rand der Wüste? Wer ist die Königin am Rand? Na gut, nur bei. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Das ist wieder dieser Typ, den haben wir schon mal gesehen. Dann machen wir uns in Hishan. Das ist immer was cooles, wenn man den immer wieder anspricht. Du bist ein Belgoma-Spieler, sieht man sofort. Aber ich habe jetzt absolut kehrt, aus Belgoma zu spielen. Du da oben. Bist du relevant, oder bist du einfach nur eine neue Gattung Bestien-Man? Und ich muss dich jetzt mal kennenlernen. Oh Gott, wir kommen aus der Stadt auch nicht mehr raus. Ist auch okay. Gut, gut, gut. Schau dich an. Du bist hart und hart, oder? Ich kann es in deinen Augen sehen. Hör, ich bin ein Lenshunter. Ich gehe von Bärow zu Bärow in der Suche nach einem rauhen Lens. Du weißt, die unprozessete Hunker, die magische Energie ausgeben. Das klingt fast so, als ob du größere Zeitquätze bereit hast, oder wie es einem... Ich kann mich noch an mindestens einen Hugenhügel erinnern, der immer noch geschlossen ist. Die paar finisierte Rune-Lensen der Welt sind gesagt, dass sie von hochgradig Lens gemacht werden. Aber du findest nicht mehr davon, wenn du auf eine rarige Schmerzen bekommst. Aber das ist, wie ich mein Leben mache. Searching für das rauhen Lens. Und hofft, dass Gold schreit, indem du einen finisierten Lens findest. Welche sind die primalen Lensen, dann? Und nicht weit weg davon, gab es auch noch einen Runenhügel, der bisher niemand öffnen konnte. Ich wusste, dass ich einen Augenblick auf dich bekämpfe. Du hast Talent, Kind. Willst du in meinen nächsten Job kommen? Ich habe in einem promisierten Hunde-Site in den Desert zu dem Westen zerbrochen. Das Problem ist, es ist ein bisschen zu heiß, um mich alleine zu handeln. Die Antwort ist ja, richtig? Great! Ich gehe als Shi'ar-Kraft um. Ich habe dich nach dem Pier? Das klingt nach einer größeren Side-Quest. Cool. Aber erst dann machen wir weiter, wie die, was wir machen wollen. Oder sollen. Wollen und sollen. Ich gehe als Sie'ar-Kraft um. Ich gehe als Sie'ar-Kraft um. Das klingt nach einem Minispielen. Ein Rennen, hm? Hör auf, Baby! Huh? Was kann ich dir dafür tun? Oh, du bist auf der Suche für neue Kameraden. Na ja, ich sage dir das. Ich und mein Junge, Peeba, sind hier wie nichts mehr als ein gutes Soak. Wir werden dich woanders folgen, wenn wir uns einen heißen Spring warten. Und aus dem, was ich höre, haben deine Stadt einige der schönsten Wasser, die es gibt. Perfekt, dann bist du derjenige, der die Heizquelle richtig aufmachen will, wa? Vielleicht ist es Zeit, dass wir einen Gander hatten, ja, Peeba? Ja, Dad. Was haben wir warten? Ich will diese Stadt sehen. Na ja, da hast du es. Ein Vater und Pupp, bereit, zu sich aufrufen. Was sagst du? Schon mal wieder jemanden zu haben, der so leicht zu uns kommt. Ich gehe mal wieder, wir gehen. Wir gehen uns. Wir gehen uns. Wir gehen uns. Wir gehen uns auf die Kind-Offer und gehen uns auf. Hü-Hü! Eine neue Stadt! Ich weiß, was die Leute sind. Los geht's, los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Denn wenn nicht, dann bin ich ein Evangelist. Dad ist ein Prä-Meminent Experte auf Hot Springs. Und ich bin, wie ich, den zweckendsten Meminent. Oh, da ist nichts ganz anderes wie resten in der Böck-Nech selbst in einer Basin von Liquid-Pleasure. Oh, nicht zu sagen, dass sie großartig Eier machen. Und du bekommst eine fröhliche Frucht-Milke, wenn du aus dem Böckst. Ich bin so steamy, einfach zu denken. Ich werde nicht warten, bis ich jeden von deinem Freund in eine Spring-Hand verletzeihe. Wenn ich fertig bin, dein Stadt wird den schönsten, hoppigsten Hotspring der Kontinente gesehen haben. Geh ihn, Dad. Oh, ich habe gerade gedacht, ich habe Pee, aber nicht selbst. Der Name ist Cabana. Ein Hotspring-Konnoisseur zu Ihrem Service. Bleiben brauchen wir nicht, wir sind immer noch voll ausgeruht. So, und dann gucken wir uns mal diese Racings an. Ah, Racing-Minispiele sind manchmal nervig. Mal gucken. Ich bin ja mal gespannt. Oh, ich kann ja noch gar nichts machen. Ist das vielleicht Teil der Main-Story? Dass ich vielleicht irgendwie ein Rennen gewinnen muss, um mich zu beweisen oder so ein Kram? Möglich wäre es ja. Da können wir hoch, ich weiß, aber ich gehe jetzt auf die linke Seite hoch, weil das führt wir im Kreis, ne? Ja. Wobei, da sind die interessanteren Geschäfte. Dann gehen wir erstmal da hinten. Da ist nämlich ein Ruhmengeschäft. Wir schätzen das egal, wir haben nichts zu schätzen, aber das Ruhmengeschäft ist nicht egal. Ganz und gar nicht. Was gibt's denn hier Schönes? Oh, hier kann man also schon die höheren Runen der Kraft und so weiter kaufen. Also all die Dead-Runen auf der höheren Stufe. Das ist nice. Ich hoffe immer, wenn ich sowas hier freischalte, in so einem neuen Gebiet, das dann automatisch mit meiner Burg der Händler das dann auch verkaufen kann. Das wäre, denke ich, mal wünschenswert. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade Runen hier drin habe, die ich verbessern könnte bei mir. Da müsste ich mal ganz kurz gucken, ehrlich gesagt. Das ist die Mächtige Kraft. Das ist eine passive Rune, die zählt nicht dazu. Er hat die Rune der Magierer bekommen. Sie hat auch nur eine Passiv-Rune dabei. Sie hat schon die Mächtige. Er hat die HP, das ist schon 15%. Was ist das? Er hat immer diese Blindheitsresistenz. Die habe ich aber nicht rausgenommen, weil das eine Grund-Rune war das wäre wahrscheinlich besser für ihn. Aber ich finde es ganz cool, dass er nicht blind werden kann, dass er halt der Obersniper ist. Das geht klar. Nee, da musst du gar nichts machen. Aber es ist gut zu wissen, falls sie zu Hause nicht kriegen kann, kriege ich die dann hier. Weil das ist ein bisschen das Minimum, die mittlerweile einzubauen. 10% ist auch viel besser als 5%. Keine Frage. Offensichtlicherweise. Ich gehe hier trotzdem kurz rein. Nicht, dass hier eben wieder ein Charakter an der Seite hier drin steht. Kann ja mal sein. Das ist aber nicht so. Gut. Zum Schätzen habe ich nichts. Dann laufen wir jetzt hier weiter. Ich hoffe... Ja, mal gucken. Kann gut sein, dass das Vorbeilaufen dem Haus schon irgendwas auslöst, dass wir gleich erst reinlaufen brauchen. Aber das sehen wir ja gleich. Ah, eine gute Truhe. Ausgebleichtes Buch, Teil 7. Mehr Bücher. Auch die werden wir mal weiterlesen irgendwann. Aber hey. Wir waren in letzter Zeit so lange in der Bug drin, das reicht erst mal. Wir haben einen schönen großen Bogen hier. Sehr gut. Meine Güte, du Hübscher. Ich probiere gerade dieses Rezept aus. Probier mal. Ah, nice. Wow, ein Rezept. Schmeckt es? Oh, danke. Also, wenn man was bekommt, dann meistens bei Leuten in den Häusern. Das sind ja für ihn angesprochen. Aber nice. Hat sich auch belohnt. Was meine Geheimzutat ist, das wüsstest du wohl gerne. Ich bin's. Was? Ja, nur ein kleiner Witz. Das tue ich meines Ernst. Aha, du bist süß. Hier. Ich zeig dir, wie man es macht. Haifischfloschensuppe. Ja, es ist eine Haifischfloschensuppe. Macht also irgendwie Sinn, dass du da drin versteckst. Jetzt kannst du es jederzeit essen. Es gibt wahrscheinlich weniger Sentiment Haie, die von denen gefischt werden. Ist trotzdem ein bisschen Kandibalismus bei denen. Macht dem wahrscheinlich nichts aus. Teil ihrer Kultur oder so. So. Händler ist sehr interessant. Mal gucken direkt mal rein. Ob wir nicht ein bisschen was sinnvoll kaufen können. Um es woanders zu verschärbeln. Wer ist da hinten oder links? Mal gucken. Äh, kaufen. Zum Verkaufen hab ich grad eh nix. Die Preise hier sind aber auch nicht sehr interessant. Was sind dazu denn die Müllpreise? Die kaufen Schwarzen Pfeffer zu sehr hohen Preisen an. Habe ich aber grad nicht mehr dabei. Habe ich vor kurzem in der letzten Besten Möglichkeit schon verkauft. Ne, ich hab grad nichts dabei. Na egal. Egal. Lasst's machen! Das heißt aber noch gar nichts, das ist eine gute Vorlage. Los, Kaktusbäume. Kaktusbäume. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Kaktusbäume. Es ist kein Vorteil. Los, Kaktusbäume. Kaktusbäume. Kasha, wie ist das? Geh das. Du bist fertig. Geh das. Ja. Ich gewinne. Du hast es geschafft. Was kriege ich krasses von dir? Ein Video bei dir muss man jetzt ziehen. Ja gut, das ist das echt nicht wert. Ich glaube, ich höre jetzt auch weg, um gegen Rande mehr zu spielen. Ich denke mal, es gibt gewisse Kernleute, die man bekämpfen muss. Und die muss ich mal rausfinden. Aber selbst gegen dich habe ich wahrscheinlich keine Chance. Weil, ähm, ich müsste halt wahrscheinlich noch mehr von den Kreiseln haben, um mehr Auswahl zu haben. Und bisher, also letztendlich habe ich wieder wenig bekommen. Hoffentlich kriege ich mal wieder mal ein paar. Frank Gritzmacher. So, verkauft ihr noch irgendwas, was ich wissen möchte? Was Neues? Ich könnte hier noch eine von kaufen, wieder auf drei hochzumachen. Ganz ehrlich, euer Angebot ist nicht gerade der Oberwahnsinn. Aber ihr verkauft hier ein Silbernachtskettenpanzer. Hier hätte man ihn also spätestens mal kaufen können. Auch für den Zwerg. Aber ich kaufe jetzt nicht mehr. Dann hat nur noch der Main-Character ausgerüstet. Und sobald ich die nächste Rüstung bekomme, werde ich die abrüsten. Komplett. Dann war es das auch mit dem Ding. Gut. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Die letzte Folge war aber schon recht kurz. Also würde ich sagen, machen wir noch das mit dem großen Zelt da hinten. Stellen wir uns hier mal ein bisschen vor. Mal gucken, ob wir diese komische Rennen gewinnen müssen. Und wir haben wahrscheinlich neben Quest jetzt Ampyr, ne? Mit der guten Linsen-Expertin. Wahrscheinlich ist er auch ein Siark, ne? Logischerweise. Und deswegen hat er keine Ohren. Just be aware. We approach fighting with something of a different mindset than we do. What do you mean? War means different things to different people. And everyone's got a reason for taking lives and risking their own. For me and my kind, war is simply a way to put food on the table. And the only life we've ever known, for the most part. For the Siarks though? Different. How exactly? Probably better for you to cure it from the source. Let's get inside. Okay. Guess I never really thought about it that way. Dann lasst uns überraschen. So basically, you'd want us to join your battle against the Empire? Yes. Duke's Aldrich is plotting a war of conquest against the League. For no reason other than to sate his ambitions. So then Stargate ended you? Yeah. We're gathering allies to fight back. This be no wee skirmish, Kelly. Sounds like any joining your side would be risking their very lives. Do you disagreeing, Barnard? No, I think you have the right of it. Not that that would amount to a particularly novel situation for us mercenaries. The Sawads are already contracted to you, Chris. And may the sands swallow us if we ever break a contract. Yar. This could be very difficult. 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 There are no other sources in the way. Here's a situation. Now I can't do it. Now I can't do it again. This could be very difficult. There's a question. Yes, sir. Musik Hör das irgendwann nochmal auf, ich kann nämlich nichts machen Das wäre der bescheuerte Moment für einen Absturz, weißt du Ich bin für immer gefangen in diesem Song Vielleicht sollen wir uns einfach ganz anhören Ich werde mich einfach zurücklehnen Und diesen wunderbaren Klängen lauschen Genau Okay, ich würde behaupten, diese Szene dauert ein bisschen länger, als sie dauern muss Wann ich die jetzt irgendwie abbrechen, oder nicht? Wir hatten schon öfter Situationen, wo es nicht so wirklich schnell weiterging Ich bin mir nicht sicher, ob das ganz lange dauern muss, soll Nee, es fängt mal wieder von vorne an, Leute Was ist denn hier los? Ich werde mal kurz die Folge unterbrechen Wenn es gleich noch automatisch weitergeht, ist es schön Das muss ich gleich ein bisschen was wiederholen vom letzten Speichern Bis gleich Okay, es ist vorbei Es ist aber nicht vorbei, weil es von alleine vorbeigegangen ist Sondern es gab eine Möglichkeit, es zu skippen Falls ihr da auch feststecken solltet Auf dem Controller, erst auf dem Xbox-Controller wäre es die B-Taste Auf dem Playstation-Controller wäre es die Kreistaste Auf dem Nintendo-Controller wäre es die A-Taste Also die rechte Taste Gedrückt halten, da könnt ihr nämlich eine Szene skippen Das ist die einzige Möglichkeit, um einen Song rauszukommen Gut, ich habe es auf jeden Fall hinbekommen Das ist die Hauptsache, wir können weitermachen Ich weiß jetzt nicht genau Was ich machen soll Die sagen wahrscheinlich irgendwas von wegen, dass ich mich beweisen muss Weil das wurde jetzt auch geskippt, was sie noch danach gesagt haben Aber ich werde uns das erzählen, nie wieder rausgekommen Ähm Na gut, ist ein neues Spiel, da kann man so eine Bugfixer irgendwann mal machen, ne? Wink, wink Ich denke mal, die Beweiserei ist wahrscheinlich jetzt bezogen auf dieses Rennen, nicht wahr? Äh, wie genau beweise ich mich? Äh, probiere es genau wie genau Die Shi'ar-Craft-Race Die Shi'ar-Craft-Race Das race they were talking about earlier? So, if we want the She-Arcs as our allies, I have to win this race? Skid didn't say anything about winning it. I think an adequately impressive performance should be enough. Oh, this should be good. Alright, let's go to the town square. Okay, let's go. Let's go. Any other entrance? Ain't no one looking to prove their metal? Doch, we. Unbedingt. Okay, there it is. Yarr, I know that, look. You're here to enter the race. Aye. This be a rare sight. But an impressive one. Uh... Oh, no worries, Cully. I'll personally train you into a proper Shearcraft Captain. Ha! I'll be Eupharious the seventh. But you'll be calling me Coach by Chum. Now, get ready and keep up! Wait! Hm, that sound judgment from the Shoalmeister. I'll just have to work here that much harder. Ah, now then! What's your name? It's Noah. Ha, ha, ha! Excellent response, Noah! Our training begins now! Be ready! You bet I'm ready, Coach. Then your training starts now. Yes, Coach. Uh, Noah? What? Yeah, Francesca. Wir sind jetzt hier mittendrin. Wir müssen uns konzentrieren. Es geht hier um Verbündete. Da muss man mit Emotionen rein. Okay, bewegen, Sprint, bremsen. Versuche, die Zielzeit des Rennens zu erreichen. Sammle Seelen auf der Rennstrecke ein, um deinen Sprint aufzuladen. Setze ihn im richtigen Moment ein, um schnellen Weg zurückzulegen. Tore du... Tore. Du musst dir nicht passieren. Doch wenn du sie verpasst, hältst du eine Zeitstrahl von drei Sekunden. Sprungplattformen, Springplatten, Fahrer darüber, um zu beschleunigen. Tornare lässt sich bei Kontakt abprallen. Versuche, ihn zu vermeiden. Klingt simpel. Ich denke mal, wir fahren automatisch sonst, ne? Wenn ich nicht gerade selbst sprinte. Nein, tun wir nicht. Wir müssen nach vorne drücken. Der Boost ist schon voll. Dann müsst ihr den Nutzen, ne? Vorgänglich verkommen lassen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Steuert sich aber eigentlich ganz gut. Das ist natürlich kein Racing-Game-Feeling oder so. Aber steuert sich auf jeden Fall ausreichend, wie ich finde. Ob ihr es immer noch so fühlt, wenn ich gleich nicht schnell genug bin, das sage ich euch dann. Was ist das Ziel, um zu schaffen zu laufen, ja? Easy. First try. Umso gut weiter, liebe Mann. Also ist ganz gut. Geht ganz gut. Oh Gott. Das wird unsere Trainung gelören. Sehr beeindruckend, Culli. Danke, Sascha. Jetzt riechen Sie jetzt im Sinne. Så freue ich euch morgen. Ja, Sascha. Ich bin bereit, um sich zu kreativen, Sascha. Das ist alles gut und gut. Aber du brauchst noch eine positiven Attizierung, um gewinnen. Lass uns ein bisschen Rest bekommen, bevor du kollapsierst. Wo ist das in? Das wissen wir doch. Die Ripplinge Sands. Rest gut, mein Schum. Erst dann würde ich jetzt in Ruhe weitermachen wollen. Weil ich glaube, ihre Sache könnte wirklich ein ganzer Dungeon sein dann wahrscheinlich, ne? Geh dir selbst einen guten Nachts Rest. Und nicht so über den Rennen, dass du nicht schlappst, okay? Ich höre dich. Aber ich bin wirklich über das gefühlt. Es wird so viel Spaß sein! Geh es einfach, Tiger. Die haben mich gerade ausrasten lassen. Ich hoffe, ich darf danach speichern. Bitte? Nein! Kann ich noch Nein sagen? Ich bin nicht bereit. Das nächste Rennen ist etwas Besonderes. Er hat mich mit Entschuldigung auf den Kopf des Hauses. Wir haben heute einen besonderen Rennen. Er hat die Imps zu Rennen in Dishan. Und jetzt führt er die Allianz. Er wird der Ein, der Ein, der Ein, der Noah. Er geht weiter. Er geht weiter. Er geht weiter. Er geht weiter. auf den Schiarkern. Aber erst wird er seine Wälder auf den Sanden zeigen. Diese Rennen wird uns sagen, ob er die Haare hat oder er ist alle Fin. Gah ha 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 ha. Jetzt lasst die Rennen beginnen! Okay, das Rennen beginnt! Das B ist Kali. Das B ist, was du trainiert hast. Ja, Coach. Natürlich, Coach. Ich werde wohnen und gewinnen, Coach. Äh, vielleicht ein bisschen das Enthusiasme. Versuch, 2. Platz. Das sollte mehr als genug sein, um sie zu impressen. Entstanden. Wenn deine Feinde gegründet und scharf sind, los geht's! Äh, nur einen Moment, Coach. Hey, sicher, dass du nichts überrascht hast. Nicht schlecht, klar. Aber Hauptsache, wir schaffen es ein beeindruckend ausreichend, um neue Verbindungen zu gewinnen. Die wir auf jeden Fall dringend brauchen werden. So, Speicher, Speicher. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bis denn.